Wie wohnt Lionel Messi, Leute, in GTA 5? Hey, Leute, wir sind auf jeden Fall am Start, Leute. Hier ist Messi. Was geht ab, Messi? Wenn ihr Messi mögt, dann lasst mal ein Like da oben da, Leute. Aber wir geben ihm jetzt erstmal... Hi, Servus. Wir laufen mal vorbei an ihm, denn das ist sein Zuhause. Wir gucken jetzt mal an, wie er lebt, Leute. Oha, er hat hier Sportwagen. Krass, eine richtig geile Luxusvilla. Wir brechen da mal kurz ein, Leute. Okay, sieht schon mal ziemlich nice aus. Hier Wohnzimmer, hier Badezimmer. Hier geht's nach oben. Alter, was hat er denn hier alles? Okay, hier nochmal ein Badezimmer. Hier nochmal so ein Chillzimmer. Grillecke. Okay, und hier gibt's nochmal einen Weg nach oben, Freunde. Alter, was hat er für ein cooles Haus, Freunde. Okay, was ist denn hier oben? Ups, ein Fitnessstudio. Und guckt mal bitte diese Aussicht an. Mitten auf Los Santos, Leute. Alter, krank. Jetzt wissen wir, wie Messi in GTA lebt. Hä? Was ist denn jetzt los?